abend 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 so war da ich jetzt nicht so gut spielen alles klar ok dann werden ich wollte gerade mal ein Steinbettel machen wollen ich hab gesagt Klinik aber erst kommt zu spät so wie mit er gut aber man kann damit an er hat die Karte die Euro ein Euro weil er alle haben ja ich werde ich schon alles ich habe gerade eine scheiß Hand gehabt und es kommt auch noch nicht ganz verrechtert wird man neueste genommen gefordert wurde stunden wir meine Jansings spielen als ich muss mich jetzt ich bin ausprobieren ich ja all zum Glück ich mich leichter ich verstehe diese Karten nicht ich verstehe nicht warum sie sich aktivieren lassen wollen mach du mal mach du mal einfach nur Scheißkarten das Deck eben auf die Schnelle vollendet aber extra auf Monster Karten gesetzt und was das ich krieg ich hab nicht ein Monster bekommen vom Nächster wo ich mir hier einfach mein DD Deck und dann nervig wieder allen dem ich einfach alles entferne komplett definitiv bin lol bin ich dumm er hat Nächster verletzt hat die Klinik die Klinik komm mach ich siehst so können oder was auch immer alles klar geben in die Fresse und wird straurig mit drei Monster lohnt sich das auch so die kommen da eh alle wieder wenn du eben kein Pendel schoben gemacht hast oder hasse alles klar alles klar jetzt dürfen wir spielen wo auch nicht mich ein auch ein paar Existen und sein Leben weg in die Fresse der ich will jetzt drei Tausend Leben warum haben wir mit neun Tausend an die Gnade hat die Tausend gegeben oder zeigen warum mit neun Tausend Leben gestartet jetzt wird sie ja jetzt zerstören alles klar um kommt noch was dann lohnt sich das wenigstens fahrrad so lange da liegen in der Ruhe liegt die Kraft aber ich ziehe die Erdachtel und abzutaten und für dich wäre es so gehört und jetzt bin ich wieder an der Hände alles klar er wird irgendwie gewacht ja wer war wieder auf damit gewartet wird für mich ist das schon gewünscht dass ich weil mich geduldet kommt noch nicht mehr schnell da lieber dass ich dich anfangen das denn ganz gut für mich so für die Mühe geben er er machten die Alles klar. Alles klar, gönn dir. Und dann guck ich erst mal zu. Alles klar. So, dann bin ich jetzt auch mal gespannt. Fangen wir erst mal damit an. Okay. 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 Äh. Ah, okay. Wie peinlich, Dortmund hat sich gegen die Jaloniki verloren. Alles klar. Die Frage, wer macht da Sinn? Der Kass ist ja dabei nicht, oder? Ich glaub nicht, dafür bin ich zu inkompetent, aber ich geb mein Bestes. Nee, geb man nicht. Mach ich den? Wieso war's daran unfair? Wehe da nicht ne Warning. So. Erstmal... Was? Aktivieren? Also, nee. Angriff. An den Angriff anhängen. Aktivieren. So. Ja. Ja, alles klar. Äh. Ja, ja. Nee, hab ich auch gedacht, das wäre überwiesen. Äh. Ich hab mich einfach abgeben sollen. Ich hab mich einfach wieder hinlegen, Mann. So. So. Machen wir mal so weiter. Ja. 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 Natürlich. Ja. Ich hab gesagt, ich will ein kurzes Spiel irgendwie reinnehmen. Äh. Ach so. Äh. Ein Moment. Microphone muted. Weiter läuft. Sorry, kurzer Kass. Meine Schwester kam in mein Zimmer. Und jetzt darf ich auch weiterspielen. Okay. Äh. Ich weiß nicht, ob da ich jetzt drauf ist. Ich hab einmal den Effekt von meinem Ulti-Kanahawk aktiviert. Zwei und Prieto darf mir jetzt ein Fan. Ich nehme Ritual Beast Tamer und Lara. Ich verstehe gerade ein Deck, was du selber nicht verstehst. Nee, ich verstehe jetzt mehr oder minder, weil ich mir die Karten gerade vor mir auslege. Zum Glück hab ich die in real life. Ja, ich bin so professionell. Das ist schon natürlich jetzt nett. Ah, ich bin dum. Ah, nee, war noch nicht so. Ja, gut. So, wir machen das jetzt voll. âu-Kanlage nicht. Ähm... Ähm... Was, 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 was? Okay, wie ist die? Ähm, du hast no warning. I can see. Das ist ja schon der Fall. So. Bitte Warning. Bitte Warning. Boah, was ist das immer mit Makro-Kosmos-Flash? Ja, aber das ist Warning. Immer mein Makro-Kosmos. Willst mich eigentlich veräpfeln? Okay, du hast ne Warning, Alter. Dann hören wir jetzt hier auf, wenn du jetzt ne Warning hast. Oh, dann hab ich verloren. Ich hab nicht mehr Ressourcen mehr. Oh nein, der schon ne Grinst. Wer grinst denn hier? Ich hab mir nur auf, nicht. Wie ich dir immer, first, third, vier, einfach. Na, ich denke mir allerdings auch gerade. Okay, er gibt noch nicht auf. Das ist ehrenwert. Ja, ich hab da zweitens zweimal in Warning, Alter. Und ich schieße, zwei, ja, natürlich, lutschen wir doch mal meine Eichel, Alter. Nee. So. Ich muss gerade überlegen. Moment, 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 wie kann ich das denn hier machen? Dann spielst du es eines beliebigen Spielers. Jetzt bringe ich den mal an Angriffsposition. Kann ich das jetzt? Nein, kann ich nicht. Okay, ich beschwöre mal. So. Ja. Einmal den. Nein. Machen wir so. Darf ich jetzt? Warum darf ich nicht? Alles klar. Ich weiß nicht, warum ich jetzt gerade nicht diffusionieren darf, wie ich es wollte, aber machen wir es irgendwie so. Machen wir so. Schon ein Eichel, Alter. So. Wie suchst du? Ja. 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 Okay. Dann, kommen wir mal bei dem. Und ich beende. Komm, jetzt. Hab den Topdeck. Ich hab den Topdeck. Ah, das klar, dann hat ein Topdeck raus. Zeige mir. Oh, Mann. Das. Händen. Drachen. Wir sehen das. Haben wir nicht das. Dann krieg ich das. Okay, ich glaube, ich freue mich jetzt ein bisschen sehr genervt. Wir sehen uns dann noch nicht wieder. Bis dahin. Tschöö.